So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben wieder eine kleine Infofolge für euch vorbereitet, denn am Freitag, der 5. November, wird nicht nur Darkrai verschwinden, Mega Absol verlässt die Mega Raids, ja, neue Raid-Bosse kommen, wir wissen ja schon Bescheid, also Mega Voltenso wird den Mega Raider setzen, das ist jetzt nicht so toll, vielleicht braucht das aber trotzdem noch jemand, ähm, und Terrakium, Cobalium und Viridium werden am Freitag die 5er Raids anführen, ich sage immer noch, Terrakium finde ich am besten von dem Trio, ist auch das stärkste, erreicht die meisten WP, könnt ihr ungefähr mit Darkrai vergleichen, ich werde auch bei der Raid Mania mit, äh, Terrakium, hauptsächlich Terrakium Einladungen annehmen, also wundert euch nicht, wenn ihr eigentlich dran wart und ich einfach einen anderen nehme, weil der Terrakium hat. Da ist aber nochmal kleine Info am Rand, Freitag, 5. Oktober, also Raid-Boss-Wechsel und zusätzlich Freitag, 5. Oktober auch das nächste Event, was in Pokémon GO startet, und ich muss immer noch sagen, ich finde es richtig toll, dass auf der Pokémon GO, äh, Pokémon GO, live.com-Seite, die Artikel jetzt einfach so aussehen, ihr habt ein schönes Bild, ihr habt schön das hier farblich hinterlegt, ihr habt Bilder von den Spawns, von den Raids, von den Forschungen, das sieht einfach alles richtig herrlich aus, das heißt, es erübrigt sich, immer auf die Artikel von pokéfans.net oder GO-Games zu warten, man kann direkt mit der Pokémon GO-Live-Seite arbeiten, was passiert jetzt aber am Freitag? Die Denne, ja, legt beim Lichtfestival ein strahlendes Debüt hin, doch mit dem Licht kommt auch der Schatten, auf den Schatten werden sich die meisten Leute wahrscheinlich besonders freuen, da man wieder Frustration verlernen kann, und darauf die meisten Leute ja eigentlich das ganze Jahr über warten, ich freue mich auf ein neues Pokémon, nämlich Denne, dann guckt euch das an, wie gut er aussieht. Gleichzeitig habe ich euch heute angekündigt in dem Video, dass ich da irgendwie, ne, habe ich gar nicht, egal, das war wieder was anderes. Red mal später drüber, Lichtfestival, 5. bis 14. Oktober, schreibt es euch auf, schreibt es euch in den Kalender, 5. bis 14. Oktober. Aber wir gucken genau einfach mal hier auf die Event-Boni. Das Freundschaftslevel steigt doppelt so schnell, das ist natürlich sehr cool, viele freuen sich, die sagen, boah, das dauert so lang, wir wollten was tauschen, wir wollen Stufe 3 werden, jetzt braucht ihr dann nicht 30 Tage, sondern theoretisch 15 Tage, also nicht 30 in der Aktion, sondern 15 in der Aktion, ist aber halt in diesem Zeitraum, und ich weiß jetzt schon, dass das natürlich auch wieder viel Missverständnisse gibt, dass einfach einer sagt, hä, ich habe gerade geöffnet, und wir sind aufgestiegen, das tut mir voll leid, da stand doch noch zwei Tage, und du sagst dann, ja, momentan steigt man auch doppelt so schnell auf, das heißt, wenn da eine 2 steht, und du öffnest, sind die 2 gleich weg, das weiß dann wieder keiner, dann löscht du wieder reihenweise die Leute aus deiner Liste, die das gar nicht böse gemeint haben, aber kannst ja nicht unterscheiden, wer das absichtlich macht, und wer, was ist denn, Ali sitzt hier und guckt wie ein Auto, nutzt das, nutzt das wirklich, nutzt das, nutzt das, nutzt das, aber passt trotzdem ein bisschen auf, es ist trotzdem bald dann auch der C-Day, es ist trotzdem jeden Mittwoch eine Raid-Stunde, nutzt bitte die Raid-Stunden zum Leveln, da haben die meisten eh Glückseier an, weil die da viele Raids machen, oder wer halt auf Nummer sicher gehen möchte, wartet auf den C-Day und öffnet am C-Day 11 Uhr die Eier, da reißt euch dann keiner den Kopf ab, ja, ihr erhaltet mehr Items aus Geschenken, sind ja einige darauf angewiesen, haben wir gestern ja wieder gesehen, im Fan-Chat, und ihr könnt bis zu 45 Geschenke pro Tag öffnen, das ist auf jeden Fall sehr cool, normalerweise waren es immer nur 20, jetzt während der Koronis-Phase haben sie das auf 30 erhöht, und jetzt könnt ihr an diesem Event 45 Geschenke öffnen, das heißt, ihr könnt noch mehr Freundschaftslevel triggern und die Leute abziehen, na, das ist natürlich nicht das Ziel, es ist aber eine feine Sache, dass noch mehr Leute bespaßt werden können, ja, es können von euch mehr öffnen, ihr könnt mehr öffnen, also finde ich auf jeden Fall toll. Die Spezialforschung zur Jahreszeit des Schabernacks geht auch weiter, ihr wisst, das alle immer zu fragen, ja, was ist jetzt mit Hoppa, wann geht es endlich mal weiter, ich sage jedes Mal, es wurde angekündigt, im November geht es weiter, wahrscheinlich, wenn das nächste Event kommt, das nächste Event ist am Freitag, der 5. November, und es geht auch wieder weiter, also muss man eigentlich immer nur warten, wenn ein Event ist, dass da wieder zwei Seiten sind, und dann geht es halt im nächsten Event wieder weiter. Was genau da passiert, wissen wir noch nicht, aber es muss wohl immer brutaler werden, und ich glaube, am Ende fliegt uns das Dach weg, weil es so heftig ist. Feuerwerk! Was wäre das Lichtfestival ohne eine ademraubende Lichtershow? Deshalb zünden wir in Pokémon Go in den ersten Tagen des Events ein Feuerwerk, zu Ehren aller Trainer, zu Ehren aller, zu Ehren aller Trainer, die zu dieser Zeit weltweit das Diwali-Fest feiern. Feuerwerk! Pokémon-Debüt! Die Denne erscheint zum ersten Mal in Pokémon Go, es stammt aus der Kalos-Region, und gibt beim Lichtfestival sein Debüt. Elektro-Fee ist zweifellos niedlich, Ergänzung, Pokédex, sonst was, keine Ahnung. Ich kannte die Denne vorher natürlich nicht, es ist die ganze Zeit schon auf unserem Startbildschirm zu sehen, wenn wir in die App gehen. Es ist süß, es ist knuffig, vielleicht ist es auch wieder was für die Go-Battle-League, mit Elektro-Fee-Kombination, Attacken, sonst was, mit späteren folgenden Attacken, hin und her. Muss man sich natürlich wieder ein Hunderter gönnen für die Sammlung. Wilde Pokémon, da sind wir gleich beim wichtigsten Punkt. Wilde Pokémon. So, wir haben Pikachu. Scheint aber das normale Pikachu zu sein, hier steht nichts von einem Kostüm. Magnetilo, richtig genial. Magnezone, richtig heftiger Elektroangreifer, sammelt XL-Bonbons für Magnetilo. Schneckmark, Flurmel, äh, äh, wieso steht jetzt hier Elektrik? Die ganze Zeit steht alles Deutsch da und dann steht da plötzlich Elektrik. Das ist hier der Fritzl-Bitz oder wie der Typ heißt. Elitzeba, sehr interessant, denn Elitzeba wurde eingeführt als Shiny beim, äh, Karneval-Zeugs-Party-Faschings-Event. War seitdem natürlich auch ohne Hut als Shiny verfügbar, aber es ist kaum aufgetaucht. Man konnte es eigentlich gar nicht fangen. Jetzt natürlich dann für viele die Möglichkeit, Elitzeba als Shiny zu fangen und erstmals dann eben auch die Entwicklung als Shiny zu bekommen. Denn das mit Hut konnte man nicht entwickeln. Jetzt kann man es dann entwickeln. Ist also sozusagen trotzdem ein neues Shiny, wo man wieder zwei braucht für die Familie. Waumball, auch interessant, sich da eins mitzunehmen, gerade für so Mini-Cups, wenn man da GBL spielt. Zappladin brauche ich, glaube ich, noch einen Hunderter. Ja, Fünx steht dabei als einzigster Star da. Da wollte der Benjamin zum Beispiel ein Gutes haben. Vielleicht hat er jetzt die Chance, den denn er will. Sieht alles gut aus. Und mit etwas Glück begegnet ihr auch Flampion und Lichtl. Flampion ist ja letztens schon ganz viel oft häufiges Spawn. Darauf kommt es mir jetzt nicht mehr an. Für die, die das Shiny noch brauchen, eine feine Sache. Aber Lichtl ist ganz interessant, denn der Drachek ist die ganze Zeit frustrierend. Der braucht nämlich noch XL-Baumbombs für Lichtl. Jetzt habe ich gedacht, heute am Dienstagabend können wir ja vielleicht Lichtl-Raids anbieten. Durch diese Info sage ich jetzt aber, pass auf, beim Licht-Festival, das ist ja trotzdem fast zwei Wochen, gibt es ja eh Lichtl wieder in der Wildnis und in Raids. Wir lassen heute Abend Lichtl weg, konzentrieren uns auf Machomai, weil das die meisten Stimmen hatte für Raids für Zuschauer, packen Alola Knogger rein, weil viele da noch das Shiny brauchen und nehmen vielleicht noch Flunkiefer dazu. Obwohl ich bei Flunkiefer eigentlich die ganze Zeit sage, Flunkiefer kann man ja warten, bis das Mega-Flunkiefer in den Raids ist. Dann raiden die Leute das eh. Also eigentlich können wir Knogger und Machomai machen, ohne Bedenken. Lichtl, also vielleicht dann für den Drachek auch so. Pokémon bei Feldforschungsaufgaben. Wulpix, Magnetilo, Elektek, Magma, Fritzl, Blitz. Hier steht es plötzlich auf Deutsch. Leufejow, Flampion, Elyceber und mit etwas Glück auch die Däne. Weiterhin Magnetilo, natürlich heftiges Pokémon. Elektek könnt ihr auch als Elektroangreifer richtig fett absahnen. Hatte einen Seeday, hat nicht jeder gespielt. Ich weiß, Elyceber immer noch das Shiny dabei. Aber ich finde jetzt, die wilden Pokémon reichen eigentlich aus. Ich wäre jetzt nicht unbedingt einer, der da unbedingt questen muss. Pokémon, Feldforschungsaufgaben, Raidkämpfe. Raidkämpfe habt ihr dann auch. Ihr habt Glumanda, ihr habt Wulpix, ihr habt Lampi, ihr habt Lichtl und ihr habt die Dänne. Interessant, also Lichtl vielleicht. Für diejenigen, die da unbedingt noch was brauchen. Raidkämpfe der Stufe 3. Blubella, Magma, Elektek, Alola Raichu. Elektek und Alola Raichu. Alola Raichu vielleicht für Shiny. Elektek eigentlich auch wegen XL-Bonbons und einfach guten IV da nochmal eins zu kriegen. Aber gibt es ja eigentlich auch in der Wildnis dann da. Wäre trotzdem ein Top-Pokémon, was man sich unbedingt mitnehmen sollte. Gucken wir also mal, wenn das dann alles startet, was wir dann für Raids auch anbieten können, was wir machen können. Stufe 5 Raids ist ja klar. Cobalium, Terrakium, Viridium auch alle drei als Shiny. Viridium, Cobalium sind auf dem gleichen Level. Da reichen die gleichen WP. Die sind da irgendwas bei 17 noch was, wenn die aus dem Raid kommen. Während Terrakium schon bei 21 ist, wenn das aus dem Raid kommt. Und dadurch natürlich wie Darkrai eben auch auf über 4000. Dann kommt er auf Level 50. Also finde ich auf jeden Fall richtig heftig. Mein Favorit also Terrakium. Ich werde den täglichen Raid Pass immer für Terrakium ausgeben. Und bei Raid Mania werde ich hauptsächlich Terrakium annehmen, wenn ihr einladet. Cobalium habe ich schon 200er. Aber da XL jetzt sammeln, da 50. Erstmal Terrakium mitnehmen. Mega Voltenso. Joa, wer es noch braucht. Vielleicht am Donnerstag mal wieder Mega Raids für Zuschauer. Schauen wir uns an. Ah ja, das ist was für Sabrina. Alola Kleinstein, Lampi, Pichu. Ist jetzt auch nichts Besonderes. Wulpix, Magpie, Elikid, Knospi. Das sind die Babys vermehrt also auch wieder drin. Wer manche Babys noch nicht als Shiny hat, obwohl Magpie, Elikid, die gab es ja trotzdem dann auch zum C-Day vermehrt. Pichu ist schon eigentlich immer dabei. Knospi vielleicht. Wer da was braucht, guckt euch das an, zieht euch das rein, schreibt es mal drunter, ob ihr dann lieber brütet oder raided oder einfach alles macht. Es wird auch neue Avatar-Items geben, steht hier dabei. Neue Avatar-Artikel und Sticker. Ein T-Shirt. Sieht also so aus. Ist jetzt nichts für mich. Schuhe, Mütze, Rucksack. Der Rucksack ist ja voll süß, oder? Die Schuhe irgendwie auch. Und obwohl das alles kitschig ist, kitschig ist fuck, finde ich die Mütze total übertrieben. Das ist mir dann zu kitschig. Aber egal, ich habe ja meinen Style. Ihr habt ja den Sticker dabei und jetzt kommt der wohl wichtigste Teil, vielleicht für alle nämlich, mit Licht kommt auch Schatten. Das Lichtfestival und Professor Willows Forschung zu Hoppa haben wohl die Aufmerksamkeit von Team Go Rocket auf sich gezogen. Wir haben Gerüchte gehört, dass Team Go Rocket am Dienstag, den 9. November, wieder zuschlagen soll. Bleibt wachsam, Trainer. Also nicht direkt am Anfang, am 5., sondern es läuft ein paar Tage und am 9. kommt dann wohl ein Team Go Rocket Tag oder Event. Vielleicht vom 9. bis 14. bis zum Ende. Daher habt ihr da auch noch dann Probleme mit Team Go Rocket. Ihr könnt eine Lade-TM verwenden, damit die Krypto-Pokémon die Ladeartage Frustration vergisst. Das vergisst. Nur es vergessen, vergisst. Mitglieder von Team Go Rocket erscheinen deutlich häufiger bei Pokestops und in Ballons. Das ist ja schon fast wie so eine Übernahme, aber das Beste, es kommt noch härter. Steht am Ende einfach, es kommt noch härter. Nein, aber das Beste natürlich trotzdem Frustration verlernen. Ich hoffe, ihr habt alle fleißig eure Krypto-Pokémon gesammelt. Werdet dann Frustration verlernen bei den Pokémon, wo das wirklich bei euch wichtig ist. Ich muss mir das auch nochmal durchgucken. Das eben am 9. November. Wer gerne Rocket Rübel prügelt und auf Krypto-Jagd geht, hat da sicherlich seinen Spaß. Aber konzentriert euch erstmal auf den Anfang. Werdet ihr euch da so Avatar-Items kaufen? Ja, so eine blöde Mütze. Dann lösche ich euch aus der Freundschaftsliste. Werdet ihr brüten? Ist da was Interessantes dabei? Ja, nein. Die Eier werde ich wahrscheinlich wieder komplett vernachlässigen. Raids, wie gesagt, Terrakium. Andere Pokémon brauche ich auch nicht. Für euch könnte man Alola, Raichu, Electek oder halt auch Lichtel anbieten dann in dieser Woche. Die Däne gibt es ja mehr. Die Däne für mich also. Neues Pokémon. Mein Ziel, da ein Hunderter zu bekommen. Und weiterhin vielleicht Electek XL-Bomboms sammeln und Magnetilo XL-Bomboms sammeln. Plus Elezeber zweimal Shiny zu bekommen. Für da die Familie. Finde ich also ein recht interessantes Event. Vor allem mit den Freunden und den 45 Geschenken. Was bestimmt absolut Chaos wird. Bin gespannt auch, wie die Spezialforschung weitergeht. Mit Hopper, aber hier die Pokémon XL-Bomboms sammeln, aufstärken. Gerade bei Electek freue ich mich damit am meisten. Obwohl das hier bei den Feldforschungsaufgaben steht. Da muss ich halt doch Feldforschungsaufgaben machen. Ist egal. Electek XL auf jeden Fall. Feine Sache. Schreibt immer rein, worauf ihr euch besonders freut. Wie ihr das Event findet. Was eure Ziele sind. Was ihr damit vorhabt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend bei Rates für Zuschauer. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.